wir sollen das vielleicht mal in teamarbeit machen kommt man hier nach süden jetzt bebt es ja ich habe es gerade beben lassen ja wie ist jetzt die frage also hat es exakt nach dem du dein ding da gemacht hast gebebt oder okay kommen wir hier ich drücke und ihr drückt auch 321 bb bb wird gleich jetzt welche fest ist das wie heißt die quest das ist ärger vor ort ja während des bebens ach im moment vielleicht muss das der machen der das beben muss wenn ich probier das hier nochmal reiche nicht irgendwo so ein mülleimer hier ist kein mülleimer hier ist nur eine tür schon mal unwünstig also hier oben ist gerade so ein mülleimer ja dann drück mal und dann lauf mal da unten zur tür hier nö so schnell kommt du mir da ja nicht mal hin ähm probier es jetzt nochmal mit dem da hinten wenn der respawn hier ist noch so ein terminal immerhin los respawn bitch was hat das denn für ein geiler grafikeffekt gerade boah ey die schatten mann sind die kacke habt ihr da auch so einen mülleimer mein regulator ich hab das gefühl das liegt an den also der mülleimer ist immer mit einer tür verliegen lasst mich mal hier ich drücke den herz und dann drücke ich die tür drücke sie ich höre hier sehr gut zu und dann gebe ich den drückerchen was für eine bullshit quest moment wie ist die ärger mit was ärger vor ort man muss fünf energiequellen hintereinander aktivieren man hat dann hat man so ein buff also wir müssen jetzt warten bis sie respawn also hier haben wir drei da oben ist einer hier ist die dritte wo ist die vierte wahrscheinlich gibt es hier nur fünf jetzt bloß nicht drauf drücken hier oben ist auch nur einer ja du hast bei dir die vier dann guck ich mal hier unten ob hier unten die fünf ist hier ist die fünf aber die sind viel zu weit auseinander oder müssen wir ein teamwork machen wahrscheinlich naja guck mal ob da oben noch irgendwie einer ist weil hier unten werden wahrscheinlich selbst noch ja dann äh hast du die route im kopf dann mach du mal die eine und ich guck hier unten ob ich die andere hinkriege oh das ist spannend vielleicht kann man dann auch nach und nach alle türen drücken um die zu evakuieren na guck mal man hat drei sekunden zeit für so ne ja 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 also zum anklicken das geht schon so zwei drei vier das ding ist ich habe jetzt hier keine tür also bei mir ging der counter nur das 1 und dann ging es nicht weiter fünf so ich habe jetzt erdbeben ätze dann 40 sekunden vor ne tür da ist ne tür ich hoffe ihr kriegt das jetzt gezählt bitte sagen wir es hat gezählt für euch dann muss das wahrscheinlich jeder alleine machen vor allem ich habe nur zwei am stück glaube ich da jetzt schnell genug hinkomme bullshit diese quest lol jetzt habe ich eine gekriegt ok müssen wir zusammen bleiben ähm mir fehlen noch zwei äh noch eine das gebebe geht mir auf den sack Marco kämpft da hinten schon wieder irgendwie ach leck mich Marco ich hab noch keine 3 ne er hat grad der noch Buff geholt ich hab nachgeschaut hier oben bei mir sind nochmal 5 in einem Kreis ja aber es sind ja auch Türen ist die Frage 2 Türen sind hier ne die eine kann man nicht anlegen also die hier bei mir ist the door to be ich hab nur noch 2 Türen auf meiner Seite ja stimmt voll wie jetzt ne Kack-Quest boah ey BioWare ist das euer ernst so ne pure Schikane-Quest ja komm dann gehen wir nochmal dahin wo ich grad war weil da ist jetzt bestimmt respawn bis die hier respawn sind ist EOS oder die die ihr gerade hattet die 5 hier ich mach die jetzt einfach mal so 1 ja ich muss den Buffer noch holen 2 ja oben an den Treppen ja da ist der vierte so da muss ich jetzt runter dann kommt man hier mit ihr könntet mir mal die Typen vom Arsch nehmen das Wichtige ist dann nur noch schnell ne Tür zu finden toll der eine die sind hier grad unten nicht aktiv was ist mir los oh der da vorne ist aktiv Gott sei Dank ja kommt her ich hab hier ne Tür schnell ah jetzt kann ich die anderen nicht mehr andrücken oh Gott weil ich schon alle 3 hab äh ok und nochmal zurück oder kannst du drücken dann müssen wir hier nochmal hoch nett gemacht was für eine scheiß Quest einmal im Kreis um das Haus rum warne ne wo du warst dann hau ich die jetzt mal weg mit Marcel und du machst das erstmal dismounted bei dem Beben wird einmal schlecht sind das überhaupt die richtigen Mülle aber ich glaub nicht also du drückst jetzt oder was ja ja ich hab beiden aber nur noch einer ne ja ne ich hab alle achso nur noch mal der hätte Domi das eh nicht machen können hast du 5 ne ne Domi wo sind die restlichen ne der eine hier der stand bei uns hier gerade der Müller immer anders sind die halt wirklich hier immer an den Ecken also einmal ringsrum Marcel ansonsten lauf nochmal rum äh runter ja bin gerade dabei ach hier unten den hab ich nie gesehen hast du das ist der 5te naja gut und dann noch ne Tür und dann noch ne Tür das wäre hier oben oh Gott alter boah war das anstrengend so wo wir jetzt sind sind wir hier fertig so so aus ja ok dann pforte ich mich einmal nach Nordosten also ganz nach Norden in die Mitte da Huttenfestung wo wir vorhin schon mal waren ist wirklich wie bei der Witcher alles jetzt doppelt und dreifach sehen mhm da ist gleich hier vorne hier ist das Hypo Spray Hypo kreis Hypo kreis vereinsbar wie heißt die Hypo vereinsbar wie heißt die Hypo vereinsbar ach keine Ahnung droppt ihr das oder oh warum macht meiner einen normalen äh 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 Angriff den ich auf 1 hab wenn ich rechts klicke so bei der Standard ok ist wie so ein Auto-Hit so soll der Spray jetzt sein ach da oben ok einmal rum hier muss man irgendwo rauf kommen ok vielleicht nicht von hier drehen wir noch mal um dann ist die Treppe auf der anderen Seite lu 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 oder droppt das Ding hier ne ich hab grad so ein Kanister oben gesehen ja dann wird er dort sein boah geil Benzin Benzin ja ich seh schon dort hier rechts oh da sind nur zwei wahrscheinlich lootet ihr mich ne da oben hab ich auch noch einen gesehen ne ich kann die auch looten zumindest sind alles ist dann offen bei mir es kann sein dass da nichts drin ist hatten wir ja vorhin auch schon mal den Spaß das ist echt ätzend dass ich Marco hier so oft auf Passiv stellen muss ich vergesse immer die wieder zu aktivieren so isotop 5 Spurenelemente sag mal what mit allen 5 Spurenelementen gehen wir mal hier lang buffalo soldier dreadlock rust Bis zum nächsten Mal.